Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 34 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 630 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017